Hallo hier ist Martin von Moneymonkeys, das ist die Tagesanlöse für Donnerstag den 29.07.2021 und unser kleiner Freund, ein bisschen müde, der hat auch zum Mittwoch nicht viel Lust gehabt, der ist gleich Mittag eingeschlafen, hat voll verpennt, dass da die Fett ist, kaum Bewegung gezeigt. Wir haben am Sonntag darüber gesprochen in der Analyse für die Woche eigentlich, dass ich davon ausgehe, dass der sich hier ein bisschen seitwärts festrennt, einfach mal was anderes probiert und gab es viel Gegenwehr auch wieder, weil viele gemeint haben, da sind ja viele Termine drin stehen, aber das ist halt, das sind immer Nachrichten egal, das ist eigentlich, ich glaube auch gestern viele, die mir geschrieben haben, weil ich gesagt hatte, ich gehe davon aus, dass er mit einem kleinen Abwärtsgibb reinkommt und von wegen, ja, ja, aber doch die Amerikaner und die ganzen Nachrichten, die da kommen, aber es ist halt, es ist am Ende Chart und Nachrichten, das sind zwei Schuhe halt, man muss schon aufpassen, dass man das nicht verbindet, ich meine, da gibt es verschiedene Theorien, das ist so ein bisschen wie so eine kleine Glaubensfrage, also ich sage auch, wenn das jemand anders sieht, dann sieht er das anders halt, ich habe da eine klare Meinung zu und habe schon viele Situationen im Chart erlebt, wo ich, wo ich einfach sage, okay, also es ist halt einfach immer so, egal was kommt, dass irgendjemand das vorher schon weiß, ja, und wenn es ein scheiß Terroranschlag ist, der stattfinden wird, dann gibt es Leute, die das planen, Leute, die den finanzieren, es gibt Leute, die Bescheid wissen, dass da was gemacht wird und die versuchen sich natürlich nicht nur durch so einen Anschlag irgendwo gehört zu schaffen, sondern versuchen natürlich dabei auch noch Kohle zu verdienen, das heißt, die platzieren im Markt Wetten und erzeugen dadurch Muster, die sowas immer ankündigen, ja, also damals, als das noch in Frankreich so aktuell war, dass wirklich fast monatlich irgendwo was geknallt hat, hattest du bei jedem, bei jedem Vorfall hattest du vorher das fast identische Chartbild und das sind immer so Sachen, wo ich mir sage, ähm, der Chart spiegelt alles wieder, was wir wissen müssen und das ist auch so eine Grundtheorie der Chartanalyse, dass man einfach sagt, wir sehen alles im Chart, ja, wir sehen das Verhältnis der Käufer und Verkäufer, auch der Insider, wir sehen alle, die ein Bedürfnis haben, im Markt etwas zu machen, wir sehen, wie sie sich bewegen, wir sehen, wo sie einsteigen, wann oder wie, wir sehen, ob Leute viel in Cash-Reserven setzen, dass sie die Rücksetzer immer wieder hochkaufen, ne, hier so Stichworte in die Richtung, ne, also man, man kann schon anhand auch eines Anstiegs, einer Anstiegsdynamik und eines Zurückkommens, kann man auch schon Schlüsse ziehen, so, und, ähm, deswegen ist für mich immer der Chart vorrangig, ich gucke auch keine Nachrichten, weil in dem Moment, wo ich Nachrichten hinzuziehen würde, also Finanzmarktnachrichten, ähm, würde ich dem Chart eine Meinung überlegen, ja, ich würde plötzlich sagen, okay, ich habe die Nachrichten gesehen, ich denke, das passiert und suche mir dann eine Bestätigung im Chart, das ist aber eigentlich nicht richtig, weil ja der Chart eigentlich die Nachrichten kennt, ne, die Marktteilnehmer, die sich, die im Chart die Bewegung erzeugen, die hier dafür sorgen, dass die Kerzen rot oder grün werden, die kennen die Nachrichten, die berücksichtigen die vielleicht schon, das heißt, wenn ich die zusätzlich noch hinzuziehe, würde sich das doppeln, ich weiß, es fällt manchen ganz schwer, das zu verstehen, das ist auch okay, wenn das jemand anders sieht, aber für mich ist das, das ist für mich eine Grundleerart der technischen Analyse, dass ich mich nicht von Nachrichten wuschig machen lasse und auch nicht beeinflussen lasse und wenn eine Woche ist, wo halt viele Nachrichten anstehen oder viele Termine, Bilanztermine sind, dann, dann, dann sehe ich das im Chart, ja, dann sehe ich das vorher im Chart, ob der, ob der sich aufpauscht, ne, ob der eine Bewegung vorbereitet oder ob der die Bewegung eigentlich schon vorher gemacht hat, ne, vielleicht die ganze Nachricht schon vorweggenommen hat, eingepreist hat und dann kommen die eigentlichen Nachrichten und es passiert gar nichts mehr, ne, und hier hat man ja wirklich eher gesagt, dass das, ähm, schon nach, nach, ein bisschen Seitwärtswoche riecht, ne, dass er bestimmt per Abwärtsgib reinkommt, ähm, beziehungsweise, ne, das stimmt nicht, das haben wir erst am Dienstag gesagt, ne, dass er das nochmal so macht, wie am Montag, dann kam das Abwärtsgib, jetzt haben wir auch nochmal gesagt, dass er wieder das gleiche macht, wieder zur Seite schiebt, er ist gar nicht so tief rausgekommen, super, vollkommen okay, das ist ja seine Handelsspannung, die wir ihm hier gegeben haben und ist eigentlich im Vortag, im kompletten Vortag eigentlich drin geblieben halt, ne, also noch geringere Handelsspanne als am Vortag, da ist schon nicht viel Bewegung gewesen und, ähm, ich weiß nicht, ob am Donnerstag da jetzt so viel mehr kommt, also ich würde eher denken, dass er am Donnerstag mal eins der Gaps hier oben zumacht, dann vielleicht die 6,30 mal zugerammelt kriegt, weiß nicht, ob es für eine 6,70 reicht, würde fast denken, dann macht die 6,30 und dann schnuppert die hier unten mal an dem Teil rum, drückt er sich auch wieder in die Mitte, das würde ich, das würde ich eigentlich jetzt für den Donnerstag erwarten, ne, wann wäre für mich der Donnerstag so positiv, ähm, positiv wäre für mich, wenn er per Stundenschluss deutlich über 6,30 rausgeht, eher sogar vielleicht über 6,70, äh, per Stundenschluss, ich glaube, dann könnte er sich versuchen, oben raus ein Fenster zu aktivieren, ne, wir kennen Donnerstage aus den letzten Wochen, Monaten, die haben immer sehr, sehr, sehr oft nach oben nochmal schön anziehen können, schön durchziehen können, ähm, haben aber in der Regel eigentlich sogar vorher nochmal ein tiefen, markantes Wochentief so gesetzt, ne, ist sehr, sehr, sehr oft gewesen die letzten Wochen und Monate, ähm, das würde eher dafür sprechen, dass es vielleicht genau andersrum macht, ja, vielleicht wieder per Abwärtsgib reinkommt, äh, kurz unter der 4,60 rumrammelt, dort eine harte grüne Stundenkerze reinrammt und dann bis zur 6,30 und wieder zurück, würde auch gut reinpassen, ja, also das so in die Richtung, das wäre die Erwartungshaltung, die ich jetzt zum Donnerstag hätte, jetzt würde der ein oder andere wieder sagen, ja, was ist denn das für eine schwachsinnige Analyse, äh, entweder es steigt oder es fällt, ne, das ist nicht, das ist nicht so, wie ich rangehe und das ist auch nicht so, wie ich jemandem empfehlen würde, mit dem Chat umzugehen, sondern wenn wir sagen, er kann da oben oder hier unten eben rein und wieder zurück, dann liegt eben genau dort dann auch mein Augenmerk der Analyse, dass ich dann eben genau in dem Moment, wo er dann hier an den Trigger rumschrammt und er rammt mir hier die grüne Katze rein, dann ist das meine Long-Chance und auf die Warte ich heute den ganzen Tag, wenn die nicht kommt, dann kommt sie halt nicht, dann ist das so, aber dann, das wäre dann so eine Situation, wo ich sage, okay, jetzt habe ich einen Wahrscheinlichkeitsvorteil, jetzt kann ich einen Trade starten, jetzt hier früh reinzugehen, 8 Uhr und zu sagen, oh, Long oder Short, pff, weiß nicht, das ist für mich 50-50 halt, ne, aber hier oben auch in dem Bereich, ne, wenn hier eine schöne rote Stundenkerze nach einem Gap Close kommt, da muss man wahrscheinlich nicht mal auf die Stunde gehen, das reicht wahrscheinlich schon auf kleineren Zeiteinheiten, dann, dann hat er halt eine schöne Umkehr, ja, Umkehrchance halt, ne, wieder komplett bis zurück, das ist, was wir so ein Short bekleiden können, oder eben, er hackt hier oben die große schöne Stundenkerze, alles grün, drückt sich komplett grün durch, vielleicht auch nachdem er hier unten war, liegt sich über 6,70, dann suche ich mir hier kurzfristige kleine Long-Positionen halt oben drüber raus, ne, weil er dann durchaus auch bis 800 noch rennen kann, 7,80, 800, das ist so, so würde ich halt ran gehen halt, ne, genauso natürlich auf der Unterseite, wenn wir hier nicht bloß kurz rumschrummen und eine grüne Stundenkerze reinpressen, äh, an der 4,60, sondern wirklich hart unten rausgehen, auch Übertreibungspotenzial, ne, das darf man Donnerstag nie vergessen, gerade wenn die Fed vorher dran war am Mittwoch, dann haben Donnerstag Übertreibungspotenzial, die letzten Tage würde ich jetzt nicht unbedingt als beste Ausgangslage für Übertreibung nehmen, dazu ist es zu träge gewesen, zu flach gewesen, zu wenig Handlung, Handelsamplitude drinne, aber ich würde trotzdem aufpassen, wenn er jetzt hier deutlich unter 4,60 per Stundenschluss geht, dann kann er durchaus 2, 3, 4, 5 Stunden da noch durchziehen und dann wäre hier eben weiterhin die 3,50 drin, ja, so, das, damit, damit ist das der Bewegungspunkt, das oben klar, hier in der Mitte wissen wir Bescheid, wissen, dass er von 6,30 gegebenenfalls deutlich runterkommen kann, äh, oder eben hier um die 4,60 deutlich nach oben kann, und das würde ich, so würde ich einfach ran gehen, das würde ich mitnehmen, das würde ich zum Donnerstag beachten, und, äh, dann steigt drauf, ob der steigt oder fällt, das ist, also mir persönlich, das ist echt egal, ähm, in der Perspektive, ne, übergeordnet kann sein, dass man anderes Muster noch hat, dass man vielleicht übergeordnet auch in einem Trade laufen hat, aber da ist, für übergeordnete Sachen ist ja halt hier auch nichts passiert, jetzt, wo man sich hier auch irgendwo drüber nachdenken müsste, ne, übergeordnet kann man schon sagen, wir haben fallende Hochs, wir haben fallende Tiefs drin, also, insofern, wenn er unten weiterarbeitet, ähm, definitiv eine Short-Grundlage, aber auch, wenn er jetzt hier ein höheres Hoch reinstellt, ähm, ne, und Schubdiwub, seht ihr, spielt alles irgendwo hintereinander halt, ne, schon alleine über Regelmäßigkeiten in Bezug auf Donnerstag hin zu einer übergeordneten Betrachtung, das ist halt oft das schöne am Chart, das passt halt dann doch irgendwie, auch wenn es nicht immer ganz so kommt, wie wir das wollen, und uns auch doch auch oft einfach mal überrascht, und Meistermarkt ja genau dann die lange Bewegung macht, wenn die meisten wirklich mit dem Kopf dagegen stehen, wenn sie es nicht kommen sehen, wenn sie es überrumpelt, das ist ganz oft, ne, dass so eine lange Kerzen eben ganz gerne da entstehen, wo nicht viele mit dabei sind, also insbesondere nachhaltig, ne, das sieht man hoch, wie runter zu immer, immer wieder, ähm, dass der Markt irgendwie hinkriegt, die Leute abzuschütteln, ähm, hier hat das jetzt wochenlang nicht hingekriegt, deswegen hat man am Sonntag gesagt, vielleicht probiert das einfach mal über Seitwärts, vielleicht probiert das einfach mal mit ein bisschen Geschiebe, momentan machte genau das, und, ähm, ich kann ja mal ein bisschen weitersprechen, was müsst ihr denn jetzt machen, um tatsächlich unten richtig rauszukommen, ihr müsst genauso weitermachen wie bisher, Abwärtsgap, leicht zur Seite, den ganzen Tag sich nicht bewegen, nächsten Tag wieder 50, 60 Punkte runter, nur zur Seite sich nicht bewegen, wieder nächsten Tag, dann sind die, die Short drin sind, wahrscheinlich alle auf einen Stand raus, haben ihre Dinger schon abgebrochen, weil es dem viel zu lange dauert, Geduld ist wirklich menschliche Schwäche, das ist einfach so, kannst du, kannst du, kannst du zehn Trader hinstellen, neun davon haben Geduldsprobleme, ja, das heißt, die, die Short drin sind, haben dann ihre Sachen auf, und die, die Long drin sind, haben natürlich ganz oft Positionen anlaufen gehabt, immer wieder nicht, das heißt, die werden risikoaverser, die sehen, das kommt ja immer wieder zurück, aber eben nicht bis dahin, wo sie wollen, sie wollen es gerne höher, sie wollen vielleicht auch eine 15.800, sie wollen vielleicht auch eine 16.000, die kriegen sie aber immer wieder nicht, deswegen werden sie risikoaverser, geben mehr Geld rein, dann sind die Shorter weg, und dann fängt er an durchzuzünden, das kann unser DAX, das wäre die Lösung, um zum Beispiel richtig unten rauszukommen, ja, einfach jetzt Stück für Stück noch ein bisschen runterarbeiten zur Seite, runterarbeiten zur Seite, runterarbeiten zur Seite, und dann hinten raus die Beschleunigung bringen, so würde das unser DAX machen, wenn er wirklich dann unten jetzt in den Abwärtstrend reinfallen will, und sich eher Richtung 200 Taglinie dann orientieren will, ja, also das, wenn ihr das jetzt seht, könnt ihr euch vielleicht auch einen Zettel mitschreiben, ähm, ne, das ist dieses, dieses Verhalten einfach, ne, wenn der DAX jetzt einfach Stück für Stück seitwärts abkippt, dann beschleunigt der irgendwann hinten raus, und das ist der Moment, wo dann viele anfangen, so von wegen, oh, der steht jetzt hier am 61er, und der macht bestimmt jetzt bis 49, und, und dann zündet der einfach nach unten durch, ja, und dann stehen wieder alle da und gucken nur zu, und das ist, das ist ja eigentlich der Sollzustand für den DAX, aus, aus Perspektive des DAX ist das der Sollzustand, das, also Sollzustand heißt, es soll so für ihn aussehen, ne, also das wäre für ihn perfekt, ne, wenn die Leute dann wirklich, hier, vielleicht alle gerade die Privaten in die Logos reinklopfen, und dann, dass er sich so das ganze Geld so richtig schön durchfressen kann, so richtig schön, jam, 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 lecker, und mit der Lippe, äh, mit der Zunge über die Lippe, schlecken, tropfenden Zahn, und dann richtig, ja, also, das wäre, ja, das wäre Idealzustand, ähm, um unten rauszukommen, oben rauszukommen, muss er eigentlich nicht sich so viel machen, weil oben raus die Leute sich eh immer schwerer tun, die Leute traden viel lieber nach unten, traden viel lieber short, das heißt, Hebelprodukte sind in der Regel eher nach unten ausgerichtet, und deswegen muss er sich da mehr Mühe geben, die Leute abzuschütteln, das ist einfach so, ne, und deswegen wollte ich denken, hier, immer entsprechend, seitwärts wäre eine Lösung halt, ne, haben wir ja auch so am Sonntag gesagt, ist seitwärts vielleicht die Lösung, die er hier braucht, und, ähm, er ist dem genau nachgekommen, das sollte uns schon ein bisschen nachdenklich machen, oder was heißt nachdenklich machen, das sollte uns eigentlich in dem bestätigen, was wir am Sonntag, Montag hier eben gedacht haben. Okay, Freunde, damit würde ich das Video jetzt hier, äh, schließen, wir können auch kurz einen Tagesschart gucken, aber da ist nichts viel passiert, der Hampel da um sein mittleres Bullying am Band rum, wie so ein, ach, weiß nicht, wie ne, wie ein Kleinkind, was nicht von der Brust von der Mutti wegkommt, hier, es ist wirklich, ach Gott, ne, ne, da brauchen wir nicht drauf gucken, können wir nicht so sagen, ne, wir haben ein Trigger ein bisschen im Auge, wir haben die Bänder im Auge, mir ist, mir, mir ist wirklich wichtig auf Tagesebene, wo ich dann wirklich wieder aktiver drauf gucke, wenn aus dem Band rauskommt, wie das hier, das ist für mich, das ist für mich ein Opener, ein Trend-Opener, ne, also das, der macht für mich eine Bewegung auf, die auch mal aufschleunigen kann, ne, hat es nun nicht umgesetzt, aber auf sowas gucke ich, oben und unten, weil das, in der Regel, wenn er dann anfängt, unter so einem Tag weiterzuarbeiten, und so war ja auch die Analyse in dem Moment gewesen halt, ne, wenn er anfängt, unter so einem Tag weiterzuarbeiten, runter, dann, dann, das, das sind einfache Punkte, oben genauso, ne, wenn er sich oben rausgestellt kriegt und arbeitet dann über das hoch, das sind so easy Punkte, aber hier, das ist halt einfach nur Geschiebe, ne, ist auch nicht kompliziert, aber es ist halt einfach nur Geschiebe, seit Wochen, Monaten, ja, und von daher, wir machen Tagesschau zu, gucken in die zwei Stunden, haben wir eine ganz gute Orientierung jetzt erstmal drinne, und dann würde ich sagen, erfolgreichen Donnerstag wünsche ich euch, ähm, ja, und ich denke, ich habe euch alles mitgegeben, und macht das Beste draus, holt euch eure Punkte, und wie gesagt, seid lieb zueinander, äh, hakt euch nicht alle die Köpfe ein, das ist einfach schade drum, nutzt eher die Möglichkeit, wenn ihr in Communities oder in Foren auftretet, euch gegenseitig zu unterstützen, rauszukitzeln, zu gucken, was klappt bei dem anderen gut, was kann ich vielleicht noch bei mir besser machen, dann glaubt mir, das ist zehnmal mehr wert, wie sich die ganze Zeit nur auf die Fresse zu hauen, wer hier der Bessere ist, und wer hier long gesagt hat, und wer hier short gesagt hat, und wer hier falsch gelegen hat, und wer recht gelegen hat, so viel Energie, die man für, für so unnütz verschwendet. Und was hab ich denn gekonnt, wenn ich jemanden anders wochenlang verfolge, um dem zu sagen, wann er immer was falsch macht, das, ähm, und dann vor allen Dingen vielleicht auch noch gar nicht recht dabei zu haben, ich weiß nicht, denn guckt lieber, dass ihr besser werdet, versucht euch zu steigern, versucht zu trainieren, zu üben, Setups erweitern, anzuhäufen, zu gucken, was klappt bei anderen gut, was kann ich vielleicht bei mir noch reinnehmen, wo, wo geht, wo fließt mir viel Kohle weg, dafür ist eine Community gut, zu gucken, wie lösen andere ihre Probleme, die ich vielleicht auch habe, ja, also, wie, wie, wie gehen anderen mit den Fehlern um, die ich habe, was machen die, und so weiter, nutzt doch eine Community für sowas, und nicht um sich da die Nase einzuhauen, ja, also ich glaube, das ist am letzten Woche Freitag schon ganz deutlich geworden, was ich da gesagt habe, aber möchte ich dir auch einfach nochmal mitgeben, es ist gerade relativ viel Ruhe, Ruhe ist gut, da kann, kann man trainieren, da kann man üben, ja, man kann auch mal im Chart einfach rückwärts ein bisschen trainieren, üben halt, ne, sich wirklich mit Trading auseinandersetzen, und nicht nur immer aus der Hüfte von der Couch irgendwelche Trades reinfeuern, und dann läuft das schief, und man starrt die ganze Zeit auf das Ding, und dann traut man sich nicht, die Verluste zu realisieren, schiebt die Stopps, und am Ende wissen alle, was dabei rauskommt halt, ne, da muss ich nicht weiterreden, okay, also, Punkt, ich fange an zu quasseln, ähm, wir machen hier zu, Videos schon lang genug dafür, dass gar nichts passiert ist, aber, ähm, ich denke, es sind trotzdem ein paar Worte drin, die, ähm, hier auch wichtig, und, und, also, die wichtig zu platzieren sind, einfach, ne, gut, ich mach, ich mach aus, ich wünsche euch was, gehören uns morgen wieder, bis dahin, tschüss!